Thomas Müller, seit mehr als einem Jahrzehnt eine der modernen Ikonen des deutschen Fußballs, ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Nachdem man Müllers erste Tage als Fußballer miterlebt hatte, hätten viele wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ihm eine so lange und erfolgreiche Reise bevorstehen würde. Aus dem Pressekonferenzraum geworfen Thomas Müller gab zum ersten Mal seit der WM 2010 sein Debüt bei einem großen Turnier und bestritt nach 14 Jahren harter Arbeit 131 Spiele. Dritter in der deutschen Mannschaftsgeschichte, und erzielte 45 Tore, Sechster in der deutschen Mannschaftsgeschichte. Er hat unzählige Titel gewonnen, darunter auch den goldenen Fußballschuh. Weltmeisterschaft 2010, bester junger Spieler der Weltmeisterschaft 2014, Weltmeister 2014, Silberner Show der Weltmeisterschaft 2014. Platz bei der Euro 2012 und 2020 gewonnen. Zweimal den 3. Vor dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Argentinien im März 2010 war Thomas Müller mit gerade einmal 21 Jahren noch ein junger Spieler und vielen noch unbekannt. Als er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erschien, wurde er mit Diego Maradona und dem Balljungen verwechselt. Anschließend forderte Herr Maradona Herrn Müller auf, den Konferenzraum zu verlassen, bevor er den Reportern antwortete. Natürlich musste Müller bei einem so jungen und unbekannten Spieler zuhören. Doch in diesem Moment wusste Maradona noch nicht, dass dieser Balljunge zum Attentäter werden würde, der Argentinien und seinen Ruf zerstören würde. Vier Monate nach diesem Ereignis trafen Deutschland und Maradonas Argentinien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika erneut aufeinander. Müller ging in der dritten Spielminute mit einem Kopfball in Führung und leitete damit einen überwältigenden 4-0-Sieg über Argentinien ein, angeführt von Maradona und Heimat einer starken Mannschaft und Superstar Messi. Aus einem Balljungen, der aus dem Pressekonferenzraum geworfen wurde, wurde Müller zu einem Bösewicht, der von Maradona selbst und dem argentinischen Volk besessen war, was zu einer demütigenden Niederlage in seiner Militärkarriere führte und vom Publikum kritisiert wurde. Nach der Weltmeisterschaft 2010 trat er unter Buhrufen des heimischen Publikums als Teammanager zurück. Das ist nicht alles. Vier Jahre später gewannen Müller und seine Teamkollegen ihre vierte Weltmeisterschaft, indem sie Messis Argentinien im WM-Finale 2014 besiegten. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass Müller von 2010 bis 2014 von Argentinien besessen war. Lassen Sie uns unter Berücksichtigung der oben genannten Details einen Blick auf Müllers magische Reise mit der Nationalmannschaft über ein Jahrzehnt werfen. Wo er als unbekannter Spieler begann und zur Legende wurde. Wenn Fans Müller erwähnen, denken Sie sofort an einen einzigartigen Weltraumdieb in der Geschichte des Weltfußballs. Als er gebeten wurde, seine Spielposition zu definieren, erklärte er ohne zu zögern, dass er ein echter Weltrauminterpret sei. Ich meine, er ist der Spielertyp, der immer wichtig und an den richtigen Positionen im Strafraum und auf den richtigen Positionen ist. Nutzen Sie unerwartete Positionen, um Torchancen zu nutzen. Tatsächlich löste Müllers Karriere bei Zuschauern und Experten immer wieder Debatten über die Spielposition des Spielers aus. Er ist kein reiner Stürmer, Stürmer, offensiver Mittelfeldspieler, Flügelspieler. Müller ist wahrscheinlich ein Spieler, der alle Eigenschaften mitbringt, die es braucht, um ein Angriffsspieler zu sein. Aber Müller hat etwas, das nur wenige Spieler auf der Welt haben, die Fähigkeit, Räume zu stehlen. Wie Müller selbst sagte, handelt es sich um einen Spielertyp, der zwischen Stürmer und Mittelfeldspieler agiert. Was ihn sowohl auf dem Spielfeld als auch im All-Star-Team der deutschen Nationalmannschaft von 2010 bis 2024 zu einer ganz besonderen Präsenz macht. Er wird ihnen dabei helfen, zu werden Weltfußball. Der Schlüssel liegt darin, das richtige Timing zwischen der Person, die den Pass ausführt, und der Person, die in den richtigen Bereich rennt, zu finden. Wenn sie sich die Zeit nehmen, sie zu studieren, werden sie einen Weg finden, der Verteidigung ihres Gegners den größten Schaden zuzufügen. Es gibt gefährliche Bereiche im Fußball. Normalerweise werden diese zum richtigen Zeitpunkt erledigt und laufen davon. Das war schon immer eine meiner Stärken, sagte Müller. Immer im Zweifel, Statistiken zeigen, dass seit seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2010 kein deutscher Spieler so viel beigetragen hat wie Müller. Der offensichtlichste Beweis dafür sind seine 45 Tore und 32 Assists in 131 Spielen für die Nationalmannschaft. Kein deutscher Spieler war in diesem Zeitraum direkter an Toren beteiligt als er. Danke Müller, eine einzigartige Legende der deutschen Mannschaft. K Danke Müller, Untertitelung des ZDF, 2020